Stellt euch mal vor, ihr gestaltet ein cooles Design für einen Kunden, schickt es ihm anschließend und dieser sendet euch zahlreiche Korrekturschleifen zurück. Diese Korrekturwünsche haben allerdings nichts mit eurem Design zu tun, sondern eher mit der Tatsache, dass sich euer Auftraggeber das Endergebnis einfach nicht realistisch vorstellen kann. Dieses Szenario haben viele kreative Menschen schon erlebt und um das zu verhindern, kann man unter anderem auf Mockups zurückgreifen. Ich bin Christoph Ullrich und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure eigenen Mockups erstellt und euch somit nicht nur viel Zeit spart, sondern euer Produkt zudem optisch ansprechend präsentieren könnt. Unter einem Mockup versteht man eine Vorlage oder auch einen Prototyp, der das finale Ergebnis simulieren soll. Das kann sowohl euch als Gestalter helfen zu sehen, ob euer Design so wirkt, wie ihr euch das vorstellt und auch euer Kunde bekommt einen ersten Eindruck von seiner Idee, die ihr umgesetzt habt. Kostenlose und kostenpflichtige Mockups gibt es im Internet zwar wie Sand am Meer, aber auch mit Photoshop könnt ihr in kürzester Zeit eure eigenen Mockups erstellen. Das Beste daran ist, ihr macht euch einmal die Arbeit, das Mockup anzulegen und könnt es dann für zahlreiche andere Zwecke wiederverwenden. In diesem Beispiel möchte ich ein Mockup erstellen, bei dem ich mit nur wenigen Klicks das Bild auf diesem Brief hier austauschen kann. Wenn ich jetzt einfach mein Bild auf diese Brieffläche setzen würde, dann hat das noch nicht viel mit einem Mockup zu tun, denn es soll ja ein möglichst realistisches Ergebnis erzeugt werden. Und dazu muss mein Mockup drei Merkmale des Originalbildes beinhalten. Zum einen ist das die Struktur, was in diesem Fall hier das Papier ist, dann die Perspektive der Fläche, auf der mein Bild platziert werden soll und natürlich mit am wichtigsten die Helligkeitswerte aus Licht und Schatten. Auf diesem Bild seht ihr hier einen deutlichen Schatten, der über die weiße Fläche verläuft. So ein Schatten muss später auch mit eingefügtem Bild sichtbar sein, um ein realistisches Endergebnis zu erzeugen. Zunächst definieren wir die weiße Fläche, auf der später das Bild eingefügt werden soll, als Arbeitsbereich. Ich ziehe dazu ein neues Rechteck ungefähr in der Größe der weißen Fläche auf und drücke dann die Tassenkombinationen STRG und T. Die Fläche drehe ich dann jetzt etwas nach rechts und passe sie ganz grob an die Maße der Brieffläche an. Für eine bessere Sichtbarkeit kann ich hier zudem die Deckkraft auf 50% setzen. Die Anpassung selber muss jetzt auch gar nicht pixelgenau sein, wichtig ist nur, dass die gesamte Fläche, auf der später mein Bild eingefügt werden soll, mit diesem Rechteck bedeckt ist. Bevor ihr die Transformation bestätigt, dreht ihr das Rechteck wieder zurück auf 0 Grad, denn wir wollen unser Bild ja später nicht schief einfügen. Dann drückt ihr die Enter-Taste und damit ist unser Arbeitsbereich fertig definiert. Die Deckkraft kann daher wieder auf 100% und damit diese Fläche später mit einem Bild bestückt werden kann, wandle ich sie jetzt im Ebenenfenster mit einem Rechtsklick auf das Rechteck in ein Smart-Objekt um. Photoshop speichert in diesem Moment das Rechteck mit seinen Maßen als neues internes Dokument ab, da gehe ich allerdings später nochmal drauf ein. Als nächstes kümmern wir uns um die Perspektive über Bearbeiten, Transformieren und dann Verzerren kann ich nun die einzelnen Ecken des Rechtecks verschieben und sie somit an die Perspektive der Brieffläche anpassen. Hier könnt ihr auch wieder die Deckkraft herunterstellen, um die Ecken besser platzieren zu können und auch hier müsst ihr nicht pixelgenau arbeiten, es genügt, wenn ihr die einzelnen Ecken wieder so platziert, dass euer Rechteck die gesamte Brieffläche bedeckt. Wenn ihr damit fertig seid, drückt ihr erneut die Enter-Taste. Jetzt kommen wir zum kniffligsten Teil des Mockups. Die Brieffläche muss einmal möglichst exakt freigestellt werden. Nehmt dazu das Pfadwerkzeug und erstellt einen Pfad um die gesamte Brieffläche herum. Das habe ich jetzt hier im Vorfeld schon mal gemacht und mit Steuerung und Linksklick erstelle ich mir aus diesem Pfad eine Auswahl. Anschließend wähle ich das Auswahlwerkzeug aus und klicke dann hier oben im Menü auf Auswählen und Maskieren. Dieses Bedienfeld, was sich dann öffnet, kennt ihr vielleicht schon aus dem ein oder anderen Video. Falls nötig, könnt ihr hier auf der linken Seite mit den Werkzeugen die Auswahl noch verbessern. Für dieses Beispiel reicht das Setzen eines Häkchens bei Farben dekontaminieren. Dann erzeugt mir Photoshop eine neue Ebene inklusive einer Ebenenmaske. Diese neue Ebenenmaske möchte ich dann auf meine Rechteckebene anwenden. Dazu halte ich einfach die Alt-Taste gedrückt und per Drag & Drop ziehe ich die Ebenenmaske über mein Rechteck. Und schon haben wir unsere Bildfläche vollständig und inklusive aller Unebenheiten an die Brieffläche angepasst. Die Platzierung stimmt und das heißt, wir können uns um Licht und Schatten kümmern, um so Realismus ins Mock-up zu bringen. Als erstes muss die Rechteckfläche mit der Struktur des Briefpapiers verschmelzen und dazu setze ich die Füllmethode meines Rechtecks auf Multiplizieren. Ich zoome hier mal näher ran, dann könnt ihr sehen, dass jetzt kleine Unebenheiten wie dieser Fleck hier und natürlich auch die Struktur des Papiers sichtbar werden. Sogar die Schatten sind schon sehr gut sichtbar. Wenn ich hier allerdings das Bild einfüge, werden diese wieder verdeckt. Da müssen wir also gleich nochmal gesondert ran. Gleiches gilt natürlich auch für das Licht. Meine Original-Bildebene mit der Ebenenmaske dupliziere ich mit gedrückter Alt-Taste insgesamt zweimal, wobei ich eine der Ebenen dann umbenenne in Schatten und die andere bekommt den Ebenennamen Licht. Achtet hierbei unbedingt darauf, dass die beiden Ebenen über der Rechteck-Ebene liegen. Die Lichtebene blende ich jetzt fürs erste Mal aus. Da unser Mock-up nur Helligkeitswerte und keine Farben verändern soll, wandle ich die Schatten-Ebene mit einer Schwarz-Weiß-Korrektur in Schwarz-Weiß um und reduziere dann den Filter und die Ebenen zu einer Ebene. Durch die Ebenenmaske bleibt dann jetzt nur noch die Brieffläche übrig. Die Schatten des Originalbilds sollen später mit dem eingefügten Bild verschmelzen. Das bedeutet, ich setze auch hier die Füllmethode der Schatten-Ebene auf Multiplizieren. Damit die Schatten gleich etwas besser zur Geltung kommen, erstelle ich zudem eine neue Gradationskurve aus dem Korrekturenmenü und ziehe die Tiefen etwas weiter nach unten. Außerdem sollen sich diese Änderungen nur auf die Schatten-Ebene beziehen, daher klicke ich zusätzlich noch auf dieses Icon, dadurch werden die Änderungen nur auf die darunterliegende Ebene angewendet. Diese Schritte wiederholen wir jetzt nochmal mit der Lichtebene. Dazu blende ich diese zunächst wieder ein, erstelle mir eine weitere Schwarz-Weiß-Korrektur und füge auch diese wieder mit der Lichtebene zusammen. Als Füllmethode brauchen wir dieses Mal das Gegenteil von Multiplizieren und das nennt sich hier bei den Füllmethoden Negativ-Multiplizieren. Dann füge ich auch hier wieder eine Gradationskurve hinzu und hier seht ihr auf der rechten Seite die Histogrammdarstellung der Tiefen, da wir die aber schon bei der Schatten-Ebene definiert haben, setze ich etwas weiter davor einen Ankerpunkt und dann etwas weiter davon entfernt noch einen weiteren. Den zweiten Ankerpunkt ziehe ich wie bei den Schatten etwas nach unten, um dieses Mal die Lichter zu verstärken. Zum Schluss setze ich noch die Deckkraft der Licht- und der Schattenebene auf 40%, denn 100% ist definitiv zu viel Licht. Damit sich alle Änderungen an den Helligkeitswerten auch nur auf die Brieffläche auswirken, markiere ich die Schatten- und Lichtebene, drücke dann hier unten auf das Ordner-Icon und füge diesem Ordner dann nochmal meine Ebenenmaske hinzu. Damit ist die Bearbeitung abgeschlossen und wir können zum spannendsten Teil übergehen, nämlich endlich unser Bild ins Mockup einzufügen. Zu Anfang habe ich die Rechteck-Ebene in ein Smart-Objekt umgewandelt, das heißt, ich kann die Ebene mit einem Doppelklick jetzt öffnen und bekomme dann genau das Rechteck in diesen Maßen angezeigt, die es hatte, als ich das Rechteck in ein Smart-Objekt umgewandelt habe. In diese Fläche füge ich nun mein Motiv ein, dazu habe ich hier eine kleine Illustration im Homeoffice-Stil vorbereitet und die kopiere ich mir in mein Smart-Objekt. Mit STRG und T skaliere ich das Ganze noch auf die gesamte Fläche und richte es vor allem mittig aus. Mit STRG und S speichere ich dann diese Änderungen und wechsle dann zurück zu meinem Mockup. Das Ergebnis, was ihr hier seht, das sieht doch eigentlich schon recht realistisch aus, um die Helligkeit jetzt aber noch nach euren Vorstellungen anzupassen, könnt ihr nun einfach etwas mit den Gradationskurven oder auch mit der Deckkraft spielen, um das für euch passendste Ergebnis zu kriegen. Damit ist euer Mockup fertig und ihr könnt das Bild jederzeit gegen ein anderes austauschen. Mit so einem Mockup überzeugt ihr dann auch endgültig euren Kunden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst einen kleinen Like und wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal über den jetzt eingeblendeten Button. Ich bin Christoph Ullrich für DieDruckerei.de, bis zum nächsten Mal.